Servus und willkommen zu Muscleman Fitness. Heute zeige ich euch, wie die Brustmaschine, die Chest Press, richtig eingestellt gehört. Den Sitz kann man nach unten oder nach oben verstellen und er gehört so angepasst, dass die Griffe ungefähr auf Brustbeinhöhe sind. Wenn sich ein Etikett am Sitz befindet, kann man sich auch nach dem orientieren. Das bedeutet, die Schultern sollten ungefähr auf Etiketthöhe sein. In der Druckbewegung sollten die Arme nie komplett gestreckt sein. Leichtes Hohlkreuz, gerade oberer Rücken, Körperspannung. Die Beine haben einen stabilen Stand am Boden. So, mehr gibt es nicht zu beachten. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter. Es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal. Servus, bis bald, euer Muscleman.